Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Spezialistenwaffe in der neuen Map Gurut Krovi bekommt. Und zwar heißt die auf Englisch Gauntlet of Secret. Ihr müsst am Anfang, im Anfangsraum mal gucken, da ist so ein Brett im Boden. Das ist wie auf Zetsubunoshima, immer so ein Challenge-Brett, das euch anzeigt, was ihr machen müsst. Ihr habt verschiedene Challenges, die ihr machen müsst, um das zu erhalten. Und ganz unten habt ihr eine eigene Challenge. Da geht es darum, dass ihr was mit einem Ei macht. Das ist immer das Gleiche. Also wie gesagt, macht diese Challenges auf jeden Fall mit. In diesem Video zeige ich euch jetzt nicht, wie die Challenges funktionieren. Die sind eigentlich ziemlich selbsterklärend, was ihr genau machen müsst. Ich werde irgendwann natürlich ein komplettes Tutorial für alle Challenges hochladen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Challenges habt, beziehungsweise könnt ihr natürlich den Eier-Step davor schon starten. Den Schritt startet ihr einfach in dem, dass ihr nach Packer Punch geht. Es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wie ihr nach Packer Punch kommt. Wenn ihr das nicht wisst, guckt einfach in der Beschreibung nach. Dort ist ein Link, ein Tutorial von mir, wie ihr das macht. Wenn ihr dann in dem Packer Punch Raum seid, ist es so, dass ihr, wenn ihr einfach ganz nach unten geht, in den Keller, hier ist neben den ganzen kaputten Eiern, müsst ihr euch einmal umdrehen und dann oben seht ihr das Drachenei, das da oben einfach so rumliegt. Einfach anschießen und dann könnt ihr das einfach auch schon aufnehmen. Ihr seht den Fortschritt, wie weit ihr mit den jeweiligen Schritten seid, immer indem ihr an den Anfangsraum zurückgeht und euch dieses Brett nochmal genau anguckt. Der nächste Schritt ist, dass wir dieses Drachenei mit Feuer anspucken lassen. Es gibt verschiedene Stellen auf der Map, in denen der Drache runter fliegt und das Gebäude oder den Boden halt mit Feuer bespuckt. Geht zu einem dieser Stellen hin und guckt, ob ihr ein Nest findet. Zum Beispiel gibt es so eins bei Stemmin'Up hier. Also ihr geht einfach so hoch zu Stemmin'Up und in der Ecke ist so ein kleines Nest. Da legt ihr dann einfach das Ei ab und wartet dann, bis der Drache kommt und den ganzen Boden voll spuckt. Somit habt ihr diesen Schritt eigentlich schon vervollständigt. Ihr müsst jetzt nur zu ungefähr zwei Runden warten, bis ihr das Ei wieder aufnehmen könnt, weil es abkühlen muss. Ja, als nächstes seht ihr, dass ihr nun Napalm-Zombies töten müsst. Napalm-Zombies entstehen auch indem, dass der Drache den Boden halt mit Feuer bespuckt und dort Zombies sind. Also wie gesagt, einfach irgendwo warten, wo ihr wisst, dass der Feuer-Drache den Boden bespuckt und dann einfach die Napalm-Zombies töten. Das war schon alles zu diesem Step. Als nächstes ist es wichtig, dass ihr Multikills macht. Hierbei geht es darum, dass ihr mit einem Schuss mehrere Zombies gleichzeitig tötet. Das könnt ihr entweder mit einer abgegradeten Sniper-Waffe machen oder ich habe es hier zum Beispiel einfach mit dem Todbringerseite Deathfishing gemacht. Das ist auch ganz einfach. Als nächstes müsst ihr durch das Messern Zombies töten. Das macht ihr am besten, indem ihr euch auf jeden Fall das Drachenschild holt, denn damit könnt ihr eigentlich bis zu einer gewissen Runde Instacill-Messern und wenn es schon höher ist, wie bei mir auf Runde 20, könnt ihr die Spezialattacke davon verwenden oder einen Affen schmeißen und dann einfach zweimal hitten. Ja, wenn ihr das alles habt, müsst ihr das Ei inkubieren. Dazu gibt es einen Inkubator und zwar ist es wieder in einem Haus, in dem ihr Packer Punch schon gefunden habt. Also einfach wieder zu Packer Punch zurückfliegen und dort unten einfach an diesen Käfig oder halt den Inkubator drangehen und das Ei darin einfach reinlegen. Achtung, wenn ihr das Ei darin ablegt, guckt, dass ihr auf jeden Fall genügend Munition oder gute Waffen mit euch habt, denn es ist ein Sicherheitsmechanismus, der da gebrochen wird und dann verriegelt sich das ganze Haus automatisch für 30 Sekunden. Das heißt, ihr seid 30 Sekunden darin gefangen und ihr könnt nicht entkommen. Wenn das vorbei ist, würde ich einfach sagen, geht wieder den Abwasserkanal runter und wenn ihr diese zwei Runden dann abgewartet habt, geht nochmal in das Packer Punch Haus zurück, geht einfach hin an das Ei, ihr könnt es nun aufnehmen, bekommt auch 5000 Punkte dafür, dann wieder zurück an das Challenge Board, also zu den Herausforderungen und einfach Viereck drücken und dann bekommt ihr aus dem Boden einen Mini Drachen gereicht und das ist dann das Gondelet of Siegfried. Ihr habt dann auf dem rechten Arm so einen kleinen Mini Drachen sitzen, der kann entweder Feuer spucken, aber es ist kein richtiges Feuer, es ist halt dieses elementar grüne Feuer oder was es auch genau ist und ihr könnt die Zombies auch wegpunchen. Ja, soviel zur Spezialisten Waffe, wenn es natürlich Upgrades oder was auch immer dazu gibt, werdet ihr es hier auf meinem Kanal erfahren. Ich danke euch vielmals für gucken und bis zum nächsten Video.